Okidoki, dann sage ich 3, 2, 1... Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TryJob. Ich bin heute nicht dabei... Brrbrrbrr... Ja Mann, wie kann das denn immer... Was ist denn mit meinem Kopf los? Boah ey, ich war wahrscheinlich einfach geschockt, weil mich so ein Burgi mit Magic-Stick, Alter, direkt hier am Anfang angeguckt hat und dann habe ich direkt gesagt... Warum stehst du doch, Alter? Da bin ich nicht dabei, Alter. Da bin ich weg. Mit dabei ist Herr Bergmann. Ey, mein Kopf, ich... Es ist auch unwahrscheinlich warm hier. Es ist die Hitze, ja. Also es ist... Es könnte auch einfach nur mein Kopf sein. Ja Leute, wir spielen heute ein bisschen TryJob. Würde... Würde krass. Leute, es wird einfach galaktisch, würde ich fast sagen. Was ist los gerade bei dir? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein bisschen peinlich berührt. Von meiner Anmoderation. Ja komm, aber... Also da sind wir alle inzwischen gewöhnt. Dass so viele Anmoderations-Fail-Best-Offs schon... Stimmt, da habe ich letztens sogar mal eins hochgeladen. Die fünf besten P-Tizzle-Anmoderationen. Darauf beziehe ich mich ja auch. Ich schaue ja auch durch auf deine Videos. Oh, okay. Bist du ein großer Fan, Herr Bergmann? Ich bin ein großer Fan. Ich habe es jetzt oben rechts nochmal eingeblendet, das Video. Ah, okay, nice. Ah, weil es deine Folge ist. Okay, nice. Um dir ein bisschen Offen zu machen. Zack. Ah, jetzt bin ich hier runtergefahren. Ich bin bei Baby-Stexpert. Das ist ein langes Modul. Das hätte ich eigentlich... Der Fehler war unnötig gewesen. Wir sind heute im Party-Mode, ey. Das stimmt. Heute ist alles egal. Die Anmoderation komplett. Stimmt, endlich Wochenende. Obwohl, wenn die Folge online kommt, ist es definitiv kein Wochenende. Oh, kein P-Tizzle. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufholen. Ja, jetzt müssen wir uns mal wieder konzentraten, Leute. Konzentration ist nämlich das Zauberwort. Wunderbar. Da kommen wir doch hier. Oh, verdammt. Bist du schon über Hummeldum hinaus? Ich glaube nicht. Ich bin bei sechs. Oh, ich bin im Mittelfeld. Attacke. Stimmt, wir haben vor der Aufnahme gesehen, dass ein P-Dizzle mit am P-Dizzle ist. Und das ist Tagger-Plays. Und der ist gar nicht so schlecht. Das freut mich. Ja, Grüße. Ja, Grüße gehen raus an Tagger-Plays. Weh, du tötest uns gleich. Äh. Nein! Wo hätte ich denn da längst gemusst bei Tadatüter? Ich muss richtig Gas geben jetzt hier. Was packst du? Okay, Bergy. Glaubst du an mich? Oh, ja, das wäre nice. Nein. Ich glaube an unser Team und daran, dass wir gewinnen werden hier. Das ist aber, bist du, bist du, Derrod Lizard? Ich bin, was? Basili 5kk555. Alter, du bist ja auch gar nicht so weit vorne. Nee. Wir machen echt gerade keine gute Nummer hier. Ha! Okay. Jetzt haben wir es hier, komm. Wir nehmen mal ein bisschen Tempo. Zack. Okay, das hat jetzt mal funktioniert. Ist nicht in die... Äh. Ich habe gesagt, nicht in die Spinnenweben. Bist du schon bei Sherlock? Ja, bist du. Ah, ich bin gerade da runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Derrod Lizard. Alter. Junge, der macht so ein Tempo. Irgendwie so ein... Ja. Zack. Jo. Jo. Okay, komm schon. Okay, 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 okay. Mein letztes Modul. Nee, bin ich gar nicht. Okay, go, Bergy. Bist du mich? Nee, ich habe mich gerade vertan. Aber... Oh, doch, jetzt gleich. Okay, dann muss ich jetzt hier noch mal ein paar Coins machen. Das packst du. Okay. Glaubst du... Oh Gott, ist das hier lang, Alter. Der Sherlock, ne? Ja, ja, der ist gigantisch. Also ich würde... Ich kann dir auch echt nur empfehlen, wenn ich mal einfach auf die Punkte so ein bisschen, äh... Ja, zu verzichten und einfach mit Absicht irgendwie die leichte Variante des Moduls zu forcen, weil es gibt echt teilweise Dinger... Ey, die sind echt... Die sind crazy, meinst du? Very impressive. Ja. Impressive. Oh. Okay. Okay. Jetzt komm hier hoch. Och Gott, was denn das hier? Das hier? Nein! Ah, da wusste ich schon, dass ich da... Aber ich habe aufgeholt. Ich bin... Ich bin... Uh. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt auch bei Adventskalender. Sehr gut. Ich bin jetzt eventuell gleich... In der Lage, die Schüssel in den Kühlschrank zu stellen. Okay. Ist das ein... Codewort? Das ist ein Codewort für... Herzgefuckt? Den Sieg nach Hause bringen. Oh! Oh! So, muss ich jetzt hier... Oh! Hä? Wo geht's hier längs? Äh? Bei Adventskalender? Weiß ich auch mal an. Nee. Ach, komm, Alter. Schaff ich den Sprung? Äh, wo... Du kannst die... Die Falltüren öffnen, übrigens. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das habe ich probiert. Warte, ne. Das schaffe ich doch hier. Immer von... Von einem Rentier zum nächsten. Ach, hier. Warte. Nein! Und dann fall ich da... Boah, Gott. Kein Problem. Dann stieß ich ab. Okay. Do it. Finish it. Warte. Finish it. Ja, womit. Ah. Sie sind nämlich jetzt alle bei dem... bei dem vornetzten Modul. Basilisk! Ich weiß! Basilisk! Do it! Der Stirnlappen! Nein! Oh, warte, warte, warte. Ich kann mich retten können. Moment. Ah! Ah! Hast du's? Ja! Basilisk! Nice! Jetzt hätte ich vielleicht hier doch nochmal die... die Punkte holen können. Alter. BG. Superbär. Okay. Kein Problem, ey. So. Kurz auf. Ich hab ja mega wenig. Ich hab ja mega wenig. Da muss man halt einfach mal... trotzdem Stick presenten. Zack, zack, zack. Ah, du hast das... Machst das jetzt immer mit Kette, oder was? Ja, ja. Um einfach die Coins zu sparen. Ah, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Weil ich hab jetzt wieder nur... Ich kann's nur empfehlen. Nur das... Kann ich die Sachen wieder auch zurückgeben? Äh, ja. Machst du Slash? Ja. Und dann eBay. Ernsthaft? Nein. Ach, Mann! Das wär perfekt gewesen. Das wär mal ne gute Idee. Das hätte ich euch sowas von zugetraut hier auf dem Server. Dass man's wieder tauschen kann, ja? So zum... Ja, ja. Einfach wieder ein bisschen... So, warte mal. Ich glaub extra Herzen. Oder... Oder drei Apples. Hast du schon dein Schwert verzaubert? Ja, aber ich kann's nur einmal verzaubern. Okay. Ich hol mir zwei Apple. Bisschen was zu essen. Ich hab immer das Gefühl, dass... ...extra Herz 1 gar nichts bringt, wirklich. Wow, wow. Weiß ich nicht. So, mach mal alle Skip hier. Zack. Skibidi, schiff, skib. 20 Sekunden. Skibidi, bum, 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 bum. Ich guck grad so ein bisschen in die Ferne. Und guck an meine traumhafte Wand. Aber da ist irgendwie nichts. Abgesehen von der Maske. Strandpromenade. Der Strandpromenade, ja. Das ist nämlich nur ein Set. In Wirklichkeit bin ich gerade in Rio de Janeiro. Und bin on the beach. Okidoki. Guck mal, ihr fragt euch immer. Basilisk, äh, Basilisk. Was ist das für ein Name? Oh, da ist Tagger. Nein, Pedissel. Ich bin doch einer von dir. Das ist doch mein Bro. Tagger, Team. Schlitz ihn ab. Tagger, Team. Nein, Tagger. Wer bist du? Oh Gott. Wer bist du? Basilisk, wieso greifst du mich denn an? Ach so, du warst da. Entschuldigung. Ach so, wir haben gar nicht, wir haben gar nicht gesagt, wer wir sind. Ja, okay, du bist also hier, äh, Journalist bist du. Äh, wer bist du? Da oben bist du. Oh Gott. Hier, ich werde, ich werde, die verfolgen mich, Pergi! Ja, 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 ja. Pergi, du musst interferieren. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin wieder zu. Ich habe nur noch ein Leben. Ja, dann geh in Sicherheit. Okay, ich muss jetzt hier echt mal, ich muss jetzt einfach mal. Ich habe auch nur eins, ich habe auch nur eins. Fast. Okay, warte. Oh, okay, das war's, das war's, das war's, das war's. Nein, Pergi! Nein! Nein, ich habe nur noch eins, eigentlich lebt doch hier. Okay, okay, ja, 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 ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde sowas von weggeholt. Nein, bitte nicht! Wo bist du? Renn weg, renn weg! Ja, ich renn weg! Ich probier's ja! Lass sie, das ist sehr gut, lass sie einfach jetzt gegeneinander... Ja, ich habe aber nur noch ein Herz! Ja, 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 renn weg, renn weg, renn weg! Warte mal. Rechts oben auf die, äh, auf die Tribüne hoch. Sehr gut. Taka Team! Oh nein, nein, Taka! Taka, nein! Renn! P-Dizzle! Oh Gott, ich aim' so schlimm! Nein, da kommt jetzt ein anderer! Aber, aber, warte, oh Gott, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Er wurde gepustet! Aufs Dach, sehr gut! Okay. Erstmal ein bisschen ausharren jetzt, die, die fighten. P-Dizzle, Mann! Oh nein, nein, er hat, er hat jetzt gerochen! Grab ihn dir! P-Dizzle! Nein, da kommt jetzt ein Bro! Nein, er ist ein Superbär! Ah! P-Dizzle, komm lieber weg, komm lieber weg! Alter, was, was, was geht ab hier? Ich, ich's nicht. Nein, er hört, er hört mich immer noch. Nein, aber, komm! Ich hab Superbär getönet! P-Dizzle! 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 Jetzt kein Sportunterricht hier! Das sieht so lustig aus! Ich muss einfach weg! Ich muss unbedingt was essen! Er lässt nicht locker, er lässt nicht locker! Oh Gott, Aua! Oh nein, 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 nein! Das war glaube ich... Nein, der Gottzwischenen muss! Oh,��� liz! Ah, ich hab ein halbes Herz! Ich werde beschossen! Die Autist, die schießen nicht auf dich! Die schieße nicht auf dich! Oh Gott, Hilfe! Wenn du jetzt eine große Runde drehst, der eine... Okay, iss! Ich muss was essen! Versteck dich! Derrick Lizard sieht mich nicht! Derrick Lizard, sieh mich bitte nicht! Sieh mich bitte nicht! Was passiert hier? Alter! Nein! Oh, oh, oh! Nein! Ich hab nur ein Herz! Nein! Alter, was ein Nerven-Terror, Alter! Alter Schwede! Leute! Das war eine... Es war das komischste Deathmatch ever! Wir haben es ein bisschen verkackt, kann man sagen! Ja, aber ganz im Ernst! Aber es war trotzdem mega spannend! Das war spannender als jedes Match, das ich gewonnen habe! Das stimmt! Im Gegensatz zu den anderen Trijump-Runden mal im Deathmatch was richtig krass ist! Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da! Schaut unbedingt bei Herr Bergmann vorbei, der ist oben in der Videobeschreibung verlinkt! Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen angenehmen Tag! Haut rein!